Oha! Ach, Digga, ne! Wenn da jetzt... Ok, ein Stormteamix ist? Nee. Ne. 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 Ja. Es ist so... Ja! Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Und heute, Jungs, spielen wir mal eine kleine Challenge wieder. Und zwar machen wir heute die F5-Challenge. Bei der F5-Challenge ist es so, dass wir halt wirklich nur in F5 spielen. Bzw. ist es ja standardmäßig bei Minecraft so, dass man, wenn man F5 drückt, in die 3rd Person kommt und seinen Charakter halt von oben sieht. Und ja, somit werden wir heute die ganze Runde lang spielen, beziehungsweise hoffentlich auch eine Runde gewinnen. Bin ich aber sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Und dabei wird uns hoffentlich heute ein Special-Gast helfen, nämlich wird uns Angeber heute wahrscheinlich ein bisschen da begleiten. Hoffe ich zumindest, dass er uns da ein bisschen helfen kann bei der Challenge. Ja, hatte auch noch nie wirklich jemanden, mit dem ich irgendwas aufgenommen habe, Jungs. Deswegen verzeiht mir auf jeden Fall, was das angeht. Ansonsten zielt der Challenge auf jeden Fall zu gewinnen. Aber ich glaube, dass wir das relativ gut hinbekommen werden. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt beide in F5. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall ganz lustig werden, weil man benutzt ja manchmal F5 und nicht immer. Aber jetzt eine ganze Runde zu spielen, wird auf jeden Fall was anderes. Wir haben jetzt beide das Enderman-Kit. Perfekt. Ja, okay. Du schneidest einfach raus. Okay, ich habe zwei. Okay, nice. Bist du runtergefallen oder wie? Nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Ja, okay, ich kann jetzt auch mal. Oh mein Gott, ich habe noch einen? Da, ich bin da, ich bin da. Okay. Arbeit. Nice. Oh mein Gott, let's go. Nice. Okay, okay, perfekt. Oh, okay. GG. Okay, Runde geht schneller vorbei als gedacht. Ja, Leute, das warst du schon mit dem Video, dass ich gerne ein Like... Ja, ich liebe die Möp. Ich habe nichts eigentlich. Ich habe Goldhose, Goldhelm. Warum? Es kommt mit du. Ich muss... Wo bist du? Unten. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hä? Hä? Er schreibt noch L. Okay, komm. Oh, ähm. Die sind beide full in I, ja. Was machst du? Ja, perfekt. Gut. Ego-Perspektive, da gibt es Spiele, die spielen in der dritten Perspektive. Aber gibt es eigentlich irgendwen, den man kennt eben, der eben... Sag ich mal, im Internet präsent ist, der in so einer Perspektive Minecraft spielt? Äh, weiß ich nicht. Ich bin gerade am fighten. Okay. Du redest und redest und ich bin so komplett drin, einfach. Also drei Gegner. Ja, ja, die Runde holst du aber, das ist easy. Guck mal, die haben nichts. Ja, die haben nichts. Das warst du aber richtig sogar für die Action nach. Ja, ja, ich meine... Ja, oh, komm, gib ihm. Easy? Ja, easy. Die anderen sind low, glaube ich. Oha. Ja? Let's go. Gib ihm. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hinter... Oh, nein. Ich habe... Oh, oh mein Gott! Oh... Du hast ihn geholt. Er ist einfach runtergesprungen. Ich habe wieder die Runde gar nichts gemacht. Perfekt. War eine gute. Äh... Ich habe... Oh, ich bin... Ich habe kurzzeitig die Perspektive gewechselt. Oh. Ähm... Oh, das schneidest du einfach raus. Okay, okay. Okay. Okay, nice. Ciao. Good job. Okay, perfekt. Ich laufe rum. Okay, er sieht ziemlich dead aus. Ich habe gar kein Lockback. Okay, nice. Let's go. Oh, schön, schön, schön. Alice, jetzt komm, ich falle nicht runter. Ach so, die sind drin. Alice, jetzt komm, ich falle nicht runter. Oh mein Gott, ich bin so trash. Jürgen, was geht? Hm... Der ist tot. Okay, nice. Soll ich da einfach mit Tänzer halten? Ich bin half. Ich bin nur half. Okay. Es zieht mich nicht. Ich will dir... Oh, jetzt, jetzt vielleicht. Jetzt. Ja, komm, nicht. Let's go. Ah. Oh mein Gott, ich bin so low. Ich bin zu low. Okay, okay. 6, 6, 6. Nice. Oh mein Gott. Ja, er ist auf der Map. Perfekt. Okay, nur noch die zwei Dias. Also die zwei Diatypen. Scheiße, ich sehe, wie weit ich da hinkomme. Die haben abgeklemmt. Hallo. Die haben abgeklemmt. Ich glaube, ein 5, nicht so geil. Ja, das recht. Ey, was ist denn deine Mission jetzt hier? Er ist schon wieder abgeklemmt. Aber ich habe noch Hoffnung. Ich auch übel. Ich auch übel. Und den einen Typen bekommst du auch noch. War mich nicht motiviert. Oha. Ach, Digga, nee. Wenn er jetzt... Okay. Stormt der wenigstens? Nee. Nee. Er klemmt sich wieder. Was ist denn deine Mission, Digga? Hä? Er ist wieder. Warum gibt es keine guten Skyrim-Spieler mehr? Wer ist hier denn? Junge. Und dein Mate kommt jetzt auch noch rein. Ich packe jetzt einfach... Mit einer Perle. Oh mein Gott. Die sind so schlecht, Digga. Also... Äh, Afrika ist easy win. Das sind wir auch gut eingespielt. Ja. Da kennt man uns auch. Also... So. Was? Afrika? Perfekt. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass auf dem Map Afrika... dass man da irgendwie... nur jede dritte Runde oder so... Wasser bekommen? Ähm... Nee. Was ein bisschen... Meinst du, das ist so mit Absicht? Also ich weiß ja nicht, was das immer Adi.net-Team hier... So, ne? Ja, also... Aber... Okay, Nevermind, ich habe einen Wassereimer. Wie viele Raps hast du? Vier. Ja, okay. Okay. Ich glaube, ich bin tot. Das ist schlecht. Ich habe kein Dinges. Pölsch einfach weg, pölsch einfach weg. Ja, hat gut geklappt. Du lebst... Du, ich hoffe mal, du lebst auch. Ja. Ja, ich mache dann zum vierten oder fünften Mal meinen Commentary hier. Okay, er ist aber sehr, sehr riskant. Er steht da sehr, sehr riskant. Du könntest probieren, ihn zu stormen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Okay, Freunde. Letzte Runde Planks wird auf jeden Fall insane. Weil wir sind sehr gute Planks-Map-Spieler. Oh mein Gott, jetzt kommt der noch dazu. Egal, Rainer, Rainer, Rainer. Habe ein. Komm. Nein, er will nicht sterben. Oh mein Gott, was ist denn mit ihm? Hier kommt einer, hier kommt einer. Hier kommt einer. Okay. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Habe ihn. Ich lebe. Hör, du lebst, wo bist du? Was war das für ein Safe? Oha. Oh mein Gott. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Warte? Ja. Ich sehe nichts, aber... Oha. Oha, war close. Nein, kam so perfekt an, ne? Ja. Es ist, es ist so... Ja. Oh mein Gott, let's go. Nice. Die Runde war es einfach. Thanks. Du hast beide einfach? Ja, easy. Oh. Easy, 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 let's go, let's go. Let's go. So Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es da was... Also, nee, komm. So Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es dann auch so gerne positive Werte da oder ein Abo, falls du noch nicht getan hast. Ansonsten schaut auf jeden Fall bei Angi war vorbei. Mit dem habe ich ja die Challenge heute gut absolviert, denke ich. Und ja, dann war es auf jeden Fall mit dem kleinen Video. Bis dann, haut rein. Peace. Ciao. Ciao. Ciao.